ja 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 Und... Und schon. Das reicht doch. Das erste Nachgibt noch einer. Ja, komm, Halt's Maul. Halt's Maul. Das war die Fliescheiben. Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! gov. Mensch, du majesty gönnen. Oh, ja, du kannst dich auf, du kannst du dich, du kannst. Das ist nicht mein Bruder. Er ist eine Maschine. Ich bin ein Mensch. Du siehst nicht wie ein Mensch aus. Lass dich nicht von der Maske täuschen. Round 1. Fight! Der hat er eigentlich nicht recht. Der ist schroppend. Der hat er nur hat. Mann. Ey, komm, bitte zieh dir die Hose an. Ach, eklig. Oh, da fiesst du ja. Ja, komm. Oh, da fiesst du. Jawoll! Jawoll! Oh, je. Das waren noch keine 4,30 Prozent, wollte ich rarsch. Oh, Pussy! Bitch! Ah, damen Leben! Oh Gott. 10.000 U. Langsam fühl ich mich wie früher. Nur schneller. Sub-Zero! Du bist wirklich sehr stark, Kabal. Warte. Du bist der Typ mit dem Blitzen. Du hast Striker geholfen. Striker ist der... Er ist in Sicherheit. Er hat sich uns im Kampf gegen Shaukan angeschlossen. Wir wären auch für deine Hilfe dankbar. Sub-Zero. Was ihn zu Sub-Zero machte, existiert nicht mehr. Er ist mein Freund. Was sie mit ihm gemacht haben, es ist... abscheulich. Du hast recht. Wir müssen ihm helfen, wenn wir können. Also gut. Los geht's. Bist sicher, dass das funktioniert? Verdammt, nein. Ich hab das noch nie gemacht. Schließlich gibt es da keine Anleitung für. Sub-Zero? Kann er mich hören? Er sollte es. Sub-Zero? Ja, Smoke. Wie fühlst du dich? Was stimmt nicht? Ich erinnere mich... ...die Dinge, die ich für Shaukan getan habe. Ihm darf nicht erlaubt werden, die Reiche zu vereinen. Hey Oka, wie kann uns Sub-Zero am besten helfen? Ich weiß es nicht. Meine Versuche, zukünftige Ereignisse zu verändern, hatten negative Folgen. Sub-Zero hätte diese Verwandlung nie erleiden sollen. Wenn wir ihn einsetzen, könnte das den Zeitfluss noch weiter ablenken. Wir brauchen Infos, oder? Schicken wir ihn als Agenten zurück in die Außenwelt. Sie werden nichts von meinem Überlaufen wissen. Ich könnte Sie täuschen. Das Erdenreich ist aber... ...die wird nicht vermisst werden. Sehr gut. Wir werden zurückkehren. Du kommst spät. Wo ist der Eindringling? Ich habe ihn im Erdenreich getötet. Er hätte verhört werden sollen. Er war beeindruckend gut, mir blieb keine Wahl. Folge mir, wir müssen eine neue Mission einführen. Welche Mission bringt uns Sie her? Ich habe dein Neuralnetz gescannt. 520. Deine Neuromodulatoren wurden mal eingestellt. Unmöglich. Die Erfahrung wurde aus deinem System gelöscht. Entferne dein Zukunftspanel. Deine Neuromodulatoren wurde beschädigt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Bäh... Sektor, du stinkst. Scheiße. Was ist eigentlich... ...sie ist ein Dixer. Ah, komm. Fick dich doch ins Knieden, Dixer. Ja, komm. Vapiss dich. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich bin eine Scheiße. Hallo! Ich verarsche, wie geht die Scheintaktion nicht? Toll. Das habe ich geblockt in meinen... Was soll's. Yeah, 1-0. Und zum Glück kommt nämlich jetzt wieder besser. Da ich gestern... Äh, was? Gestern. Ich habe gestern auf den Sound richtig einzig gemacht. Ja. Komm mal vor, auch nicht wie nur ein Mensch. Das aussieht wie ein Reptil. Oh, 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 das ist natürlich... Ehm, egal. Stille noch! Ach, diese miese Radde. Oh, natürlich, um genau in die Rakete rein. Ey, ich... Ich muss mich... Ich frage mich echt, warum diese Scheiße nicht funktioniert. Ging der von dem noch mal. Ich habe dir noch vorhin gesehen. Ich habe dir noch nie gesehen. Ach. Was gibt's nicht? Jetzt werde ich doch noch gegen den Bastard. Jetzt reicht's. Miese. Eine Sekunde. Ah, jetzt haben wir's. Ich muss in der Luft sein. Geht doch. Auf jeden Fall seilig aus. Boah, scheiße. Hier, doch einfach ein Wichser als Harrektor, Mann. Okay, ich kann mit dem nicht umgehen. Das war's. Das war's. Und da hebt immer noch... Ich pack's nicht. Was war denn das für eine Scheiß-Rakete, ey. Gott sei Dank. Künstliche Verbesserungen sind kein Ersatz für eine menschliche Seele. Danke, Sektor. Höh. Oh man. Ach. Oh. 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 Dominik bringen. Aufstehen, alle zusammen! Aus welchem Grund? Ist mir egal, solange ich bezahlt werde. Er hat aufstehen gesagt. Komm, hoch. Steh auf. Hey, was machst du da? Ich helfe dir. Geil. Haut ab, alle zusammen. Los. Gehen wir, los. Dein Verrat wird bestraft werden. Geht los. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Gegen alle Beine. Ja, ja, aber noch ein Ziel geschissen, oder? Gib mir einfach Ecke, ja. Boah, komm, Fick durch ins Knie. Was geht noch? Schicken Sie sich bei, ich trage es nicht. Oh, fuck, ey. Üblicher Tod. Auch ganz schön, so muss es uns geben. Wie viel ausweiten, wie normal. Schwanfordern. also wenn ich nicht O-O-N-E-I-N Autsch Autsch Au das war's mit der Runde Wichser Nein, zum Trüber das wird nicht gut enden mein schönes blaues Blut ihr Bastard, eine schwule Missgeburt hier ging die gleiche in der Nase Puppe können sich ein Wichsen können hier sei so, hier wichsen wisst ihr, warum die sich niemals wisst ihr, warum die sich niemals fortpflanzen und sei einfach, weil sie es nicht brauchen in der einen Hand, weil sie so ein altes Tollibachserhälfte mit der Hand und Bilder, wer dritten hat ja, stellt euch mal vor schreien, dass Schiwa lest, egal, andersherum Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich wie Assis weiß das mir bei dir vorzusetzen ich hab noch echt nicht hingeschissen Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Fick 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 da rollen own ия B Broom B Vä fick vom die grafen scheiße ich habe heute werfen geht ja nicht der fähigkeit hat je 1 0 er nimmt es ein herz sei nicht immer aus sein das heißt gut so klar so ist es jetzt sein fahrt feuerrotzner bast erdbeben werden das normal stiebt sterben auf die Pussy sind gleich schiebt sie sind ja auch zu zweitkunden und wenn ich eh nicht was ich den Moduskampf gegen Mann gegen andere Saison und ein Wettungsumfälle doch noch mal LL gleich ein Teil durchsetzt ich will ein wenn man was für mich auch scheiße das war super für mich knapp aber geschafft All die Zähne umklauen und trotzdem keine Chance. Lass mich warten, Herrbeck. Hinter mich. Bleib still im Unhold der Außenwelt. Das war so klar, dass der Wichsel, der dran kommt. Ah, friss es. Das war klein, ich guck dir das nur so vor. Fisch. 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 Oh nein. ist und so noch abgibt die Drogenwixer X Kruppel herbst und das war es so feucht erregend bist du nicht Oh mein Gott, danke. Ich dachte, wir wären erledigt. Bastian, das ist ein Fehler. Ich muss gehen. Ich muss den Friedhof untersuchen. Wir würden mitkommen, aber wir müssen zurück. Das ist besser so. Viel Glück, Mann. Glück braucht er nicht. Sub-Zero hier. Ich habe Grunschi gefunden. Er scheint einen Sauberspruch zu wirken. Raiden, was stimmt nicht? Was hast du gesehen? Einen von Shaukans Seelen stürmen. In einer Größe, die ich nicht für möglich hielt. Alle Seelen des Erdenreichs werden gefangen werden, absorbiert von Shao Kahn, seine Kraft vervielfachend. Das ist es, was Sub-Zero gefunden hat? Trotz meiner Bemühungen ist die Zukunft in Gefahr. Wie konnte ich das Erdenreich so enttäuschen? Verliere nicht den Glauben an die Geister, Raiden. Sie werden dich anführen, dich beschützen. Sub-Zero, wir werden den Seelensturm unterbrechen. Ich werde gleich...